Herzlich Willkommen bei NextGamesLP. Wir spielen heute Call of Duty WWW 2 beim vierten Part angelangt der Kampagne. Wir spielen heute SOE und es geht auch schon los. Viel Spaß. Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Das wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach ihrer Leistung in Marigny können sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir. Aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Das war nicht so wichtig. Man tut, was man kann. Und das ist ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Werkor. SOE. 20. August. 44. 40. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, kein Problem. Bäm. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Brillanter Schuss. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels. Bleiben Sie bei Crown. Oh, der sieht mich. Glück gehabt. Also das ist jetzt auf jeden Fall Glück. Oh, der sieht mich. Oh, der hat sich umgedreht, aber... Okay, dreht sich wieder um. Glück gehabt. Okay, die steht da. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Vorsicht, langsam vorrücken. Hä? Er hat da hier keine Waffe irgendwie fallen lassen, wenn es ein Scharfschütze ist. Okay. Okay. Wie der ist da? Oh, shit. Glück gehabt. Aber der sieht mich, der sieht mich, glaube ich. Nee, der sieht mich nicht. Ich glaube, da kann ich nicht lang gehen. Ich glaube, wenn ich da lang gehe, werde ich gesehen. Also da komme ich auch nicht lang. Ich muss doch da lang laufen. Okay, der läuft da hin. Die sind... Schnell, 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 schnell. Kann ich den irgendwie aufheben? Nee, kann ich nicht. Okay, die stehen alle da. Oh, 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 schweigehaft. Jetzt muss ich gucken. Ah, scheiße. Ich bleib bei der Waffe, die gefällt mir besser. Okay, der ist da. Wenn ich jetzt sein laufe, der könnte mich sehen. Ah, nee, der dreht sich um. Sehr schön. Aber der... Okay, der bleibt da. Mann. Oh, scheiße. Jetzt probiere ich mal was anderes. Wenn ich jetzt so rumgehe... Okay, der... Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das geht. Oh, scheiße. Kurz Deckung. Okay, alles super. So... Wir wurden entdeckt. Braulich, der Zug fährt ab. Wir dürfen ihm nicht den Kongress. Wird gleich los. Bitte hilf mir. Granate. Bewegung. Der Feinde, Granate. Seien Sie bei der Branche. Bewegung, Leute. Blankiere links. Oh. Wir müssen links. Super. Ja, das ist immer noch Zeit. Ah, los, lad nach, los, come on, okay, hab ich volltreffer, stopp, hier ist keiner mehr, und los, weiter, 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 oh fuck, oh, schieß ich denn hin, Mann. Okay, den hab ich, stopp hier. Oh. Oh. Ach, jetzt darf ich fahren, cool. Wir müssen den Zug aufhalten. Na los, na los. Festhalten. Scheiße, Vorsicht. Bleib auf dem Weg. Freunde, vorne hoch. Siehst du ihn? Da ist er, drück auf das. Mach ich ja. Ja, Mann, Scheiße, wow. Wie schön. Du schaffst das. Vorsicht. Und drauf. Ich bin schon dabei. Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer. Wie ist das Kommandett? Feuer frei. Das war toll. Wir müssen zum Vorderteil des Zuges. Weiter feuern. Doch. Oh. 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 Jetzt kommt noch mehr. In's gehts. Oh. Die werden fertig gemacht. Es ist hier weg. Die erwischen uns nicht so jemand anderes. Granate. verstanden scheiße 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 凶 凶 凶 凶 凶 凶 ich bin hier ich komme, halt durch heilige Scheiße ist das echt passiert? wir haben es geschafft das war für die Ewigkeit ich hoffe, Stiles hatte die Kamera vielleicht lässt Piercen uns für 5 Minuten in Ruhe Achtung folgen Sie mir ich bringe Sie zu Ihrem Plateau tut mir leid wer zur Hölle sind Sie? eine Freundin schnell jetzt auf den Eisenbahnwagos Daniels, Verwandt hast du es bereit bitte sehr Sie gehen aus der Deckung fach ja der ist erledigt genau geht das noch her Bäm oh Scheiße ich nehme die schoue jetzt ich bin ich hab doch den gezielt man das jetzt alle das war einer geht jetzt auch weg los lad nach los die waren das jetzt alle Ah ne, war nicht, oder? Den habe ich. Los, lad nach. Aua! Hier drüben! Danke. Ist sehr freundlich. War kein Sniper-Gewehr. Oh! Oh, tut mir leid, sorry. Oh, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so, wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert, also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Die Sprengung des Zugs hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. So meine Freunde, das war der vierte Part von SOE. Ich bin erstmal raus. Next Games LP sagt Show. Haut da rein.